wir können mal kurz Kaffee wegbringen und jetzt mal gucken wo ich hinfahre ich kann ja eigentlich mal Hoppegotten rausfahren und irgendwo werde ich mir dann einen Tank besuchen wo ich noch mal einen Kaffee trinke ich habe ja schließlich gerade für jeden Platz gemacht mal gucken wie die nächste Tank ist ich hätte Bock auf Kaffee ich glaube wir kommen ja mal links mal gucken wo ich rauskomme und ich habe Kaffee Durst ich habe ja ich habe ja ich habe ja wo bin ich jetzt hier keine ahnung mein schirm macht so komische geräusche nach tanke sieht es ja nirgendwo aus für gotten höhne als landberg zum antraun fangen wir Richtung höhne spielblatt brauche ich jetzt nicht ich bräuchte ja einen kaffee naja das ist echt keine tankstelle naja dann laufen wir mal auf die nächste Wirtschaft jetzt kriegen wir hier auch mal ein bisschen Winter mal gucken wie das Mikro sich schlägt davon bin ich auch gespannt Straußberg Höhnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich muss auch in Berlin mal zahlen ich könnte mal jetzt links fahren oder ist das hier drüben eine tanke doch das ist eine tanke ja war ja fast links so ich bin hier oben 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 die Sonne Untertitelung des ZDF, 2020